Und genau das, genau das, das sag ich jetzt auch. Liebe Schütz, liebe Altner, wollt ihr nächstes Jahr Schützfest feiern? Ich kann euch sagen, ich hab da eine Familie in Leiden. Meine Mutter sagte schon, ich kann schlecht hören. Übrigens sagt meine Frau das auch von mir. Ich frage deswegen nochmal, wollt ihr Schützfest feiern? Ich glaube, man kann das als Jahr werden. Ich verspreche euch deswegen. Ab sofort geht der gesamte Vorstand der All- und National- und Finanzgesellschaft. Und das sind immerhin mehr als 120 Leute. Es gibt manche Gesellschaft, manche Vereine, die haben überhaupt nicht so viele Mitglieder. Wir haben so viele Vorstandsmitglieder. Ich sag euch eins, sie werden alle dafür arbeiten, dass wir am 4. bis zum 7. Juni 2015 unser 23. Schützenfest nach dem 2. Weltkrieg feiern werden. Und ich hoffe, ihr habt das Wort. Ich auch. Ich hoffe, ihr habt das Wort. Vielen Dank.